Veronika Mayer ist die neue Südtiroler Volksanwältin. Sie wurde am Donnerstag vom Plenum des Landtages mit 25 Stimmen gewählt und wird fünf Jahre im Amt bleiben. Für Mayers Wahl mit der vorgesehenen Zweidrittelmehrheit waren vier Wahlgänge notwendig. Am Mittwochnachmittag waren indes Vorschläge der Opposition behandelt worden. Zustimmung fand ein Beschlussantrag der Grünen, der darauf abzielt, dass Empfängerinnen und Empfänger von Landesförderungen für die Ausbildung in Gesundheitsberufen, sich nach Ausbildungsende verpflichten, drei beziehungsweise vier Dienstjahre im öffentlichen Gesundheitsdienst zu absolvieren. Ein ähnlicher Antrag des Team K., der sich mit der Ausbildung von Ärzten und Ärztinnen befasste, wurde dagegen abgelehnt. Ein Nein gab es ebenso für einen Beschlussantrag der Grünen, wonach Südtirol sich zum Nachtfahrverbot in Tirol bekennen solle, sowie einen Antrag von JWA-Wirt Anderlan, dem zufolge der Landtag sich für eine diplomatische Lösung des Ukraine-Krieges aussprechen solle. Abgelehnt wurde zudem ein Beschlussantrag der Südtiroler Freiheit zur Gründung einer Landespolizei. Vor der Abstimmung ausgesetzt wurde ein Begehrensantrag zum obligatorischen Vaterschaftsurlaub von PD, mit unterzeichnet von Team K. und Grünen. Behandelt wurde zudem ein Beschlussantrag bezüglich Garantie des öffentlichen Nutzens von PPP-Modellen, den die freie Fraktion eingebracht hatte und der von Team K. Südtiroler Freiheit Grünen JWA für Südtirol mit Wiedmann, PD und Vita mit unterzeichnet war. Angenommen wurden schließlich zwei Anträge der Mehrheit. Mit einem wird die Landesregierung aufgefordert, Maßnahmen zur Stabilisierung der Milchwirtschaft zu ergreifen, mit einem die Ortspolizei durch zusätzliche Zuständigkeiten und Befugnisse zu stärken. Eine Besonderheit während der April-Sitzungsfolge des Landtages war die Vorstellung der Ergebnisse des Jugendparlaments zur Alpenkonvention Waypack durch Schülerinnen und Schüler der Voss in Mehran. Die Waypack-Teilnehmer überreichten dem Landtagspräsidenten ein Dokument mit den verabschiedeten Resolutionen und präsentierten den Abgeordneten zum Themenkomplex geschützte Naturgebiete gefasste Beschlüsse. Untertitelung des ZDF für funk, 2017